Neue Handelswoche, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir starten in die Woche mit einer Trading Chance auf Rohöl. Wir hatten ja auch in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Das ist die Zeit der Energies, so ab Ende Februar, so ab dem 15. bis 20. Februar spätestens, ist in diesem Marktsegment oder in diesem Rohstoffsegment verstärkt oder sind verstärkt Chancen gegeben und dementsprechend verwundert es nicht, dass wir dort auch immer wieder Aktionen haben bzw. Chancen haben. Wir sehen hier auch schon die rechtlichen Hinweise, die gelten heute natürlich auch wieder und können dann direkt einsteigen. Wir haben in dieser Jahreszeit eine positive Saisonalität bei Rohöl und zwar natürlich mit Ups und Downs, klarer Fall, aber mit einer Grundtendenz, die bis in den Mai hinein positiv ist und dementsprechend also auch immer wieder Long-Aktionen. Jetzt ist zum Beispiel auch ein Ausbruch nach oben erfolgt auf ein neues Mehr-Tageshoch in der vergangenen Woche und diesen Impuls haben wir hier als Grundlage für die folgende Trading Chance, die gehandelt wird mit einem Turbo Open End von Wontobel. Die WKN lautet VX5 TQF, Einstieg Market, Stop Loss 1 Euro und der Exit ist, wenn man es zeitbasiert gestalten möchte, am 1. Mai bzw. Anfang Mai sollte hier ausgestiegen werden. Das war es für heute, ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao!